ARD Text im Auftrag von Funk 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 was denn ich habe es ich habe in ein blutbox jetzt schenkenstein mit center jahre matze und ich muss mir jetzt noch passende musik anmachen ein metal cover davon er findet die matches aber er startet sie nicht was los sie mögen uns nicht spielen und merkt schon recht mal ja ist ja sucht bei mir ist zeig nichts anmachen ganz ruhig das ist immer noch dasselbe modus schade ich dachte die überarbeitet ja das ist der normale ja wir wollen nicht erinnern wir wollen dann seht ihr eine alte granny oder irgendwie ihr festet mich nicht wir müssen danach mal das endlos spiel spielen ja ich will das video aufnimmt ja also ich finde es gut lieber nicht mein skin an ja ja kleine wartierjäger okay ich bin dps nacht wo ich sie wisst bescheid bladdy du kriegst nach wurs und weh du machst mir hier nicht mindestens ein 20er das ist das ist möglich ja ja klar ist das möglich wird genug bots geht alles da wir sind natürlich wieder scheiße gebraucht hat beim programmieren ok als allererstes wir brauchen will einer motivation haben süßigkeiten ja süßigkeiten süßigkeiten die passen können ich wollte gerade verbraucht da ich wollte gerade süßigkeiten geben keinem schon die die er war näher dran ja schenny hat bekommen wenn das freut das ich verrecke ich kann jetzt wenn du scheiße wirst dps einer am start hier denke schlafen ja ja auf welchen spiel kann gerade spielen wir hier noch einmal bekommen ich mal deshalb ist das blöd hat die schaffte da vorne wenn die heilung braucht sagt immer bescheiden ich bin gerade am schaden fahren ich habe faszinale bus ja ich kann ja aufhalten so ist es nicht ja du bist auch wieder das was anderes also ich habe 14 kills ja und ich habe 36 hier ist alles gut bin ich hier in bronze oder warum habe ich hier so viel schaden oder was hier kumpel von mir ich glaube ich habe schon mal zwei drei kumpel von mir da hat man probiert dps einer dps einer zu machen soll ich sagen was passiert ist also das gemacht hat ich hatte jetzt ich kann es dir ganz einfach sagen kumpel von mir direkt sports alter das ist kannst du mal bei bedarf ist alt nicht teilen ich will macht sein und du rennst genau dazwischen na ja nach dem reifen ungefähr jetzt ungefähr scheiße ich bin tot ich bin wieder da es geht los sorry ich musste den bord einfach inneres bedürfnis hier hier ist die becken dass ich nicht wehren kann und nicht mal selbst denken kann ich wollte ich gehe wieder schaden fahren damit ich meine ahnung muss noch wieder schnell ab acht und da ist jemand am tor ich habe mich ein schaden schaden sonst muss man es liebt das verpackt alter so dreist muss ich bring dich um ich habe weiß ich habe wegen der parker Alter, du Scheiß-Fixer! Super, 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 komm her, da! Poosssss! Äh, geht's mir bitte nicht alle auf den, gell? Die Tür ist auch noch da, wo wir bescheidigen müssen, gell? Ja, ähm... What? Marek? Ja, 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 es ist nicht das, der Stift! Hat er, hat er, wie schnapp und du's! Jawoll! Weg los hier! Oh mein Gott! Alter! Geil! Wie, es ist auch noch... das ist nicht gut das ist nicht gut wir müssen sim ausschalten man die ist op wollen jetzt mit so viel leben es ist so geil dass reinhard das vorliegt natürlich renner erzählt auch die geschichte im comic alter als der heilung braucht ja und so ich bräuchte auch mal ein bisschen heilung ein pass mit steht eine dose mit weiter warum haben eigentlich die bots total den hitbox porno aber wenn man normal ober spiel haben sie es ist egal dass uns hat total den hitbox porno die hitboxen sind so fein gesehen hat einer so einen schwertangriff machbar hoch springt und dabei so ein seito zieht so beschwert unter ihm zu runter gegangen normal overwatch du wirst die sie getroffen worden so darfst du auch hier hilfe ich werde gleich ankommen aber mein gott zum glück und der fix ist eigentlich nachher wir müssen wir nicht nur noch mal dass wir denn ich bin ein paar gott nicht in einem auch mal vorher ein spiel sohne also ich meint nein ich wollte zum doppel-ulti ja gut jetzt ab und das war schnell 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 alter wie auch kommt denn der noch wir müssen die hexe weil er ist die hexe ist noch nicht okay die haben den modus schwerer gemacht ich stehe also die haben das top was zerstört was geht mit uns ab hier sollte bitte mal alle mal kurz stehen bleiben weil ich auch mal wirklich jeden heilen kann leider oh gott ist um die exe jetzt wie weit bist du von meinen entfernt ich habe 49 prozent gut wir fahren das ding jetzt hier mal richtig schnell zusammen alter weil dann kannst du mit meinem namen muss alles super schnell ausschalten niemand weg der antwort auch geweckt könnte ich gewesen sein tut mir leid ich habe gleich mal nano gleich meinen 1 nun ab 1 1 sehr gut weil ich bin bei dir ich bin bei dir ich bin bei dir ich bin tot Sorry Eigentlich ist das ein scheiß Junkenstein, ne? Genau so du scheiß WTF, was geht denn da jetzt ab? Hab ihn Ja, warte, boah, es ist weg Oder so Hoppala, boah, boah Aber grad so Alter, der Tauber fast zerstört Auf welchen Schicksal drin haben wir nochmal gespielt Mal mal Boah, boah, boah Boah, boah Boah, boah Buddy Jawoll Alter, der Royal Skin ist geil Ja, ja, klar Alter, der Hände Weg mit dir aus WTF, der ist One-Hit Was? Warum ist der One-Hit? Okay, wir sind jetzt alle einig Ich war der Beste Alter, ich hab 49 Alter Ich hab 2.999 Heilungen Leute, ich hab 2.999 Heilungen Ein Punkt mehr Also ich weiß zumindest hab mal Okay. Das ist